Hallo, hier ist Luca Ferrari von Elektroroller Futura und für uns werden Seniorenmobile und Kabinenroller immer wichtiger. Wir verkaufen natürlich auch viele Elektroroller, aber wir verkaufen jetzt immer mehr Seniorenmobile und Kabinenroller. Das finden wir natürlich toll und da haben wir jetzt eine Neuerung und die will ich euch heute vorstellen. Und zwar haben wir für unsere komplette VitaCare Serie, haben wir jetzt 30 Ampere Lithium Akkus mit 60 Volt. Die können optional bestellt werden im Bestellprozess oder auch bei den Ersatzteilen. Und die sind genau gleich. Also die sind von der Form genau gleich. Ich gucke mal hier. Die sind ein bisschen höher, ganz ein bisschen höher und wiegen, ich würde sagen, 2 Kilo mehr. Der 20 Ampere Akku wiegt so um die 8 Kilo und der 30 Ampere vielleicht 10 oder 11. Aber es ist auf jeden Fall locker noch gut zu tragen. Und das Besondere ist einfach, dass hier hinten, wo die Akkus reinkommen, die sind sozusagen im Kofferraum, man kann den Sitz hochklappen und da kann man die reinmachen. Und da kann man entweder den 20 Ampere Akku reinmachen oder auch den 30 Ampere Akku. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für alle Leute, die sich eine höhere Reichweite wünschen. Und da haben uns oft Kunden gefragt, auch unsere Händler. Und da haben wir unseren Hersteller gefragt, den hatte ich ja noch letztens besucht. Und ich habe den schon vor einem halben Jahr gefragt. Und der hat gesagt, ja, gar kein Problem, das haben wir eh im Programm. Und das wusste ich gar nicht. Also muss man sagen, das ist irgendwie auch meine Schuld. Und wie gesagt, die sind jetzt hier da, sind endlich im letzten Container mitgekommen. Und ihr könnt die euch jetzt bestellen, auch wenn ihr ja schon ein Seniorenmobil von Futura habt. Und ihr sagt, oje, die Reichweite, die ist zu gering. Dann könnt ihr einfach bei Zubehör, ich mache den Link in die YouTube-Beschreibung, den Akku kaufen. Und dann habt ihr dann zwei Akkus. Und wie gesagt, mit den 30 Ampere hat man eine 75 Kilometer Reichweite. Und mit den 20 Ampere 50 Kilometer. Und das ist passend für unser VitaCare 1000, unser VitaCare 4000 und unser VitaCare 4000 Duo. Für die, wenn man seinen Partner mitnehmen will oder auch einen Freund. Und noch kurz zu unseren Seniorenmobilen, wenn ich jetzt eh die Chance habe. Wir verkaufen unseren VitaCare 4000 jetzt schon über 1000 Stück pro Jahr. Also super gut. Und wir verkaufen hier mit einem Blei-Gel-Akku, fest verbaut. Da bleibt auch bei 20 Ampere. Oder halt, wenn wir rausnehmen, einen Lithium-Akku. Dann 20 Ampere oder 30 Ampere jetzt. Und wie gesagt, über 1000 Stück. Und ich denke, das Wichtige dabei ist einfach die Qualität. Oh, hinter mir fährt jetzt ein Bagger. Falls jetzt gerade der Ton ein bisschen schlecht wird. Und ich denke, was hier ganz besonders ist bei unseren VitaCare 4000. Philipp, komm mal her. Das zeigen wir jetzt mal. So. Hier, das denke ich, ist hier die Aufhängung. Wir haben hier eine Federung und wir haben die doppelte Scheibenbremse. Das heißt, ihr habt dadurch natürlich ein viel bequemeres Fahren. Viele Leute. Oh, jetzt der Bagger hier. Das ist die Realität. Das ist unser Nachbar. Also so ist das. Und viele Leute sparen bei den Seniorenmobilen und machen dann, wie gesagt, Trommelbremsen rein. Oder die machen halt, wie gesagt, haben keine gute Federung. Und hier haben wir unser VitaCare 1000. Und da haben wir genau das Gleiche. Wir haben hier eine Scheibenbremse vorne. Und das haben wir auch, wie gesagt, mit Lithium oder Bleigel. Und durch die Scheibenbremse und durch die sehr gute Federung hat das einfach einen besonderen Qualitätsanspruch. Und wie gesagt, gerade bei Seniorenmobilen ist es so, da ist auch viel Schrott unterwegs. Das ist das Gleiche bei den Kabinenrollern. Und man muss da wirklich die guten Produzenten rausfinden. Und unser Produzent ist wirklich klasse. Den hatte ich ja in China letztens besucht. Das habe ich euch ein bisschen auch gezeigt. Und da hat man wirklich eine sehr gute Qualität. Und wie gesagt, ich denke, wir haben da ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Und ich denke, unsere Preise und unsere Qualität, denke ich, ist wirklich schwer zu finden. So, und jetzt hier haben wir unser VitaCare 4000 Duo. Das haben wir verlängert. Also wenn ihr es jetzt bestellt, ist das um 12 cm gewachsen. Weil da gab es Beschwerden, dass es zu kurz ist. Und jetzt haben wir es extra nochmal länger gemacht. Und ich denke, das ist halt die ideale Alternative, wenn man mit seinem Partner fahren möchte. Oder wie gesagt, mit einem Freund. Dann kann man den auch mitnehmen. Aber wie gesagt, das Video war vor allem dafür da. Ich zeige es jetzt nochmal für all unsere Kunden. Und natürlich auch für unsere Händler, die jetzt informieren, dass wir jetzt die 30 Ampere Akkus haben. Und die passen in das VitaCare 1000 Lithium, in das VitaCare 4000 Lithium und in das VitaCare 4000 Duo Lithium. So, das war es von meiner Seite. Ich freue mich auf eure Fragen. Schreibt die in die YouTube-Beschreibung. Und liked das Video, abonniert unseren Kanal und macht es gut. Tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroller Futura. E-Scooter-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura-Futura Vielen Dank.